Guten Tag, äh, zu einem weiteren Pfeil. Enderman-Jagd. Enderman-Jagd. Mit Creepern und Spinnen. Und Mine, Mine, Media. Ich hab dich gekriegt. So. Was? Was? Ich mach jetzt erstmal die Void-Fluid-Pipe. Lass mich in Ruhe, okay? Was? Ähm, wir brauchen Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Oder... Hä, was, was, was? Void-Fluid-Pipe. Hm. Äh, dafür brauchst du ein Ink-Sack, Redstone, ein Glas und ein Kaktus. Wo denn? Alter, bist du behindert. Void-Fluid-Pipe. Ja. Ja. Ink-Sack. Du hättest auch einfach einen Pulverized-Cole nehmen können. Ja, indem halt einen Pulverized-Cole. Da geh ich doch jetzt keinen Ink-Sack suchen. Hab ich auch gemacht. Wieso? Weil ich... Ach nee, nicht schlafen. Ich seh noch keine Enderman auf dem Schirm. Ich hab einen gesehen. So, eine Void... Ich hab eine Void-Transport-Fluid gemacht. Ja. Achso, jetzt brauche ich noch den Kaktus-Green. Mhm. Kaktus-In-Caktus-Green und Dundon-Craften. Ich hab grad gedacht, ich hab irgendwas falsch gemacht. Welche Rüstung ist eigentlich hier gut? Jemand, Chef-Plate. Nein, 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 nein. Es gibt ja auch immer so andere Bronzes. Shiny zum Beispiel oder so ne Scheiße. Das kann ich dir nicht sagen. Kaktus-Paced. Boah, da ist wieder so... Nein, Alter, jetzt kommen wir noch Creeper an. Ich geh jetzt schlafen. Warum kann ich nicht schlafen gehen? Kann ich dir nicht sagen. Jetzt sind Monsters hierbei, Alter. Hallo, geh doch schlafen. Hä? Danke. Achso. Jetzt hab ich's, glaube ich. Ich hab eine Void-Flut-Pipe. Die kann ich jetzt einfach hier reinsetzen und dann wird das abgesaugt, oder was? Ja. Oder was? Ja. Ja, und rein damit. Auf die mittlere Schiene. Na, 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 na. Das ist der Hawaii-Toast. Total, weil ich schmeckt allen gut. Die Kartoffeln lassen sich Zeit mitwachsen. Ja, lassen sie sich echt. Gut, dass ich Äpfel hab. Noch. Und jetzt auch noch zwei Kartoffeln. Er hat ja von allen Seiten zugespamt. Finde ich gut. Finde ich gut. Finde ich gut. Ich möchte jetzt wissen, ob dieses komische Aloy-Öh, äh, Sterling-Dingens... Neine. Was mache ich für ein Chestplate? Kannst du noch mal Eisen oder hier so Saphir, Rubi? Es verbrennt fein. Öl. Stimmt, das kann man mit Öl machen. Ich brauche einen zweiten Sterling-Generator und einen dritten und einen vierten und wir fangen erstmal an mit den zwei. Dann kann ich alles haben. Okay, wir holen erstmal Stein, Stein und alles was wir sonst noch brauchen könnten, möglicherweise. Ich schmeiß einfach erstmal Öl viel Kram in die Kisten. Das ist sowieso, ich reg mich jetzt schon über die Kisten auf. Aber ich habe gerade keine Essensprobleme und Eisen. Ich habe kein Holz mehr, weil ich das komplette Holz in Energie eingedings habe. Genau. Was will ich jetzt machen? Ich baue jetzt... So. Ähm. Zone Bricks. Alles klar. Zone Bricks. Ich baue jetzt eine Capacitator Bank. Hörnis. Hörnis. Ähm. Pisten. 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 Moment. Pisten. 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 White Clear Glass. Habe ich jetzt ein bisschen viel gemacht. Aber ist mir jetzt eigentlich scheißegal. Pisten. 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 Und sterling generator. Es fehlt Stone. Scheiße. Ich hab eine Energiebank, Dings. platziere ich jetzt hier hinten und die wird sich hoffentlich gleich aufladen. Nicht. Obwohl, Quatsch, ich platziere die nicht hier. Ich platziere die einfach hier. Ich möchte hier einmal was ausprobieren. Und zwar... Ich kacke den mal ab hier. So. Dann möchte ich den hier mit dem hier tauschen, weil ich da vorne eine Conduit brauche. Wo ist er jetzt hin? Da ist er jetzt hin. Extract Augurice Active. Always Active. Duit Conduit. Scheiße. Werkbank. Was fehlt? Der Bein da. Der Bein da. Bein, der Bein, der Bein. Ich mach mal jetzt eine Eisenrüstung. Eisenrüstung. Ja. Eine Rüstung geht mir gerade so was von am Arf vorbei, dass... wenn ich jetzt gleich ein Enderman killen will, wäre die ganz sinnvoll. So, das lässt sich schön auf. Und dann müssten wir... Da ist ein Creeper, den könnte ich killen. Weißt du, ob der... Ob der... Sterling Generator einfach... in Fluidform die Lava annimmt? Was ist das für ein Sterling Generator? Ach, der von... Ender I.O.? Hm. Nö, ich glaub nicht, dass der Fluidform nimmt. Ich glaub, da gibt's was anderes von Ender I.O., was Fluidforms nimmt. Einen Moment, ich weiß glaub, was wieder hieß. Ja, der Combustion Generator, der hat halt halt Fluidtanks. Ich glaub, damit müsste's gehen. Ja, egal. Ich hab jetzt, ähm... schon so einen Sterling Generator getrafted. Beinahe jedenfalls. Ähm, den möchte ich jetzt auch zu Ende bringen. Auf die mittlere Schiene. Alter, ich komm grad voll ins Schwitzen. Echt jetzt? Sterling Generator. Und wir haben ihn. Den Hawaii-Tos? Ja, toll, wir müssen jetzt warten bis nachts ist und dann gucken wir halt mal nach Enderman, weil wir brauchen jetzt echt welche. Auf die mittlere Schiene. Ja, die auch. Also, ich brauch die grad sehr dringend. Ich hab wieder was zu essen. Find ich toll. So, wir haben jetzt noch sieben Fleisch. Das muss jetzt reichen. Ähm, hier kommt der ganze Scheiß wieder rein. Erze zum Beispiel. Der Rest von dem Crab kommt alles hier hinten. Bis neun. So. So langsam geht es voran. Aber nur sehr, sehr langsam. Sehr, 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 sehr langsam. Ähm, wie hieß das? Wie hieß das? Ähm. Ja, toll. Was mach ich jetzt dann danach? Ich glaub, ich craft, äh. Was wollte ich machen? Ich hab vergessen, was ich machen wollte. Okay, das krieg ich hin, das krieg ich hin. Meine Damen und Herren. Sie sehen jetzt live. Wie irgendwas kacke wird. Wie ich jetzt hinkriege, hinkacke. Tin kriege? Ja, wie ich jetzt hinkriege. Yes. Ja, toll. Also ich weiß halt nicht, was ich machen wollte. Ich vermisse Energie mehr herstellen. Tin gear. Und vielleicht sollte ich woanders. Das ist blöd. Und einen Mission Frame haben wir. Wir haben Koffer gear. Zwei Stück. Wir haben keinen Koffer mehr. Exzellent. Ich glaub, ich crafte mir mal einen. Einen. Komm, das ist mir jetzt Schnuppe. So. Einen, einen, einen. Einen Enchantment Table. Und dann daraus einen. Chunklauder. Ja, ich mach mir einen Chunklauder. Dafür brauch ich dann die Enderperle. Aber dafür brauch ich auch Obsidian. Ja, und das muss ich halt dann auch irgendwie herkriegen. Geh. Geh. Es ist jetzt Nacht. Wir können jetzt gleich Enderperle farmen. Enderpranks. Enderpranks. Das ist der Enderprank. So. Und die Zweiten. Das Zweite und zum Dritten verkauft. Mit dem Zweiten wird man besser. Eimer. Machen wir auch noch einen. So, dann haben wir jetzt endlich mal unsere Ruhe. Und zack. Nice. Jetzt müssten Endermänner spawnen. Ich geh mal zu dir. Nimmt ihr das jetzt auch? Empty. Von unten. Nee, da muss eine Pipe dazwischen. Achso. Der hat ja noch gar nichts. Da muss trotzdem dann eine Pipe dazwischen. Jetzt komm Endermänner. Auf jetzt. Wir müssen Endermänner suchen. Und ich mach mir jetzt auch mal eine Rüstung. Nicht jetzt so viel Eisen, aber eine Rüstung ganz sinnvoll. Ähm. Ja gut, ich hab noch so viele Rohstoffe, weil das alles noch brennt. Endermänner. Warum farmt das die Hände bei dir nicht mehr? Hast du keine Energie? Nee. Alter, hab ich ja mehr. Ich speichere meine Energie schon, weil ich Energieüberschuss habe. Hey, warte mal. Da kommt keine Energie mehr raus. Find that this happening. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert, ja. Aber ich hoffe, dass jetzt hier irgendwo Endermänner spawnen. Nee, der kriegt keine Energie. Mehr. Der gibt keine Energie ab. Vielleicht neben die anderen Maschinen. Ja, hier hinten hast du jetzt auf Ausgestellt. Jetzt gibt der hier keine Energie mehr ab, der Styling Generator. Ich würde dir ja helfen, aber ich kann da deine Sachen nicht anklicken. Ich suche Enderman. Da hinten sind welche. Nice. Oh, bitte, lass die was droppen. Jetzt gibt er was ab. Oh, die Endermänner. Nein, er portet sich. Ich hab den Tortway-Foint gemacht. Oh, ne Ender-Perle. Ich nicht. Ich seh hier nirgends. Die sind relativ weit hier hinten. Da ist ein Enderman. Aber ich sollte die wegpacken, bevor ich sie benutze, aus Versehen. Da ist ein Enderman. Nein. Ich wollte eigentlich ich noch nehmen. Nein. Er hat eine gedroppt. Ich geb's zu dir. Ich brauch ne Rüstung. Ich brauch ne Rüstung. Ich mach mir jetzt ein Diamantbrust-Panzer. Ich komm zu dir. Ich geb dir die Ender-Perle, die da gebroppt hat. Die Diamantbrust-Panzer ist halt richtig dumm. Warte mal. Äh. Kann man aus dem Zeug Rüstung machen? Bitte. Hier in der Ender-Perle. Die hat der halt gebrobt, der dich gekillt hat. Ja, nice. Jetzt haben wir was. Jetzt geh ich pennen. Und dann hab ich nen Shunk Loader. Nice, nice, nice. Was macht ein Inductive Furnace? Äh. Von welchem Bot ist der? Project Red. Das ist wie so ein... Danke? Das ist einfach ein Energie-Furnace. Aber der funktioniert halt nur mit den Project Red-Sachen, mein ich. Lava brauch ich jetzt. Geil. Die Drum brauch ich dafür. Und dann geh ich wieder nähter. Geh, 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 geh. Wir machen hier nochmal einen neuen Waypoint. Ich wette, gleich sterbe ich wieder. Weil wieder der Ghast irgendwas kaputt gemacht hat. Hier ist ein Creamer im Reichstag. Ja, hier hast du ja nochmal sterbe, ne? Fleckt. Okay, danke für die Ender-Perle. Wir brauchen die sicherlich dringend. Denn ich mach jetzt davon... Kohle-Sachen. Also, Item Conduit Item. Ich mach den da... Ich mach das da nicht. Ich brauch einen Chunklauter früher. Stimmt. Boah, ich hab hierbei noch runtergefallen. In Lava. Chunklauter oder das da? Ich hätt den Chunklauter gemacht. Hm, hast recht. Obwohl, mein Chunk loadet grad noch. Nur, dass du da nicht mehr drauf zugreifen kannst. Hast du Papier? Und wofür brauchst du welches? Für den Enchantment Table. Geh mal zu Dragonfly. Der hat eine... Dingsfarm, eine Zuckerroffarm. Vielleicht kannst du ja was abbauen. Wo ist meine Diapicke? Pixel. Du brauchst keine Diapicke. Wieso nicht? Du kannst mit der Turtle abbauen lassen. Ich hab aber schon eine, also so. Ich hab die schon vor der Turtle gehabt. Vier braucht man, ne? Vier Laberteile, finde ich. Hier ist meine Diapicke. Ich brauche Wasser. Ich glaube, ich mach mal eine unendliche Wasserfarm hier irgendwo. Also ich hab ja einen See neben mir. Ja, wir wären schon wieder am Ende von der Folge, Alter. Wir machen auch nichts, ne? Doch, ich mach jetzt mal eben den Chunklauter, oder? Den mach ich jetzt auch noch schnell. Aber ich brauch noch Obsidian vorher. Wo ist meine Turtle? Da ist die Turtle. Wie war der Befehl für die Turtle? Einfach einen Schritt vormachen am Ablockerbaum. Keine Ahnung. Äh... Dick. Ne, Turtle. Dick. Tunnel. Tunnel. Vorwärts. Ich hab keine Ahnung. Von Turtles. Ähm... Ich würde sagen, ich mach die hier. Genau. Haben wir mal ein bisschen Wasser. Ähm... Dick ist es nicht. Hä, wie ging der Befehl? Ähm... Oh geil, ich muss gar nicht in die Hölle gehen, um Lava zu holen, weil ich hier schon Lava hab. Aber nur einen Eimer, das reicht nicht wirklich. Ich hab mal ne Drum. Hä, wie war der Befehl, das dir vorvorgeht? Wie kann man alle Befehle zeigen? Ich hab keine Ahnung. Help. List. Ah, da. Programs. Move. Craft. Clear. Ich hab keinen Strom mehr. Deswegen macht hier den... macht der nix mehr. Ähm... Ich brauch vier Lava, ne? Das heißt, ich bräuchte noch zwei Eimer. Hä, wie ging das jetzt? Ich glaub, man muss sich echt denken, ich bin behindert, was Turtles angeht. Hm. Hm. So, hier Lava-Eimer. Kriegen wir, glaub ich, hin, ohne zu sterben, hoffentlich. 22? Ja, wir überziehen ein bisschen. Aber das muss jetzt. Oh nein, da ist schon wieder ein Gas. Alter, mach nicht meine... Wie kann man denn ein neues Programm machen? New irgendwas? Lock? Nee. Könntest du mich vielleicht in der Hölle abholen? Scheiße, ich... Ich verbrenne. Nein, ich kann dich nicht abholen. Ich muss mir jetzt eine Diapicraft, weil ich keinen Bock hab, mit der Turtle das zu machen, weil sich wahrscheinlich jetzt gerade jeder auch die ganze Zeit einen Facepalm gegeben hat, weil er gedacht hat, alt. Der Typ ist behindert. Natürlich, ich komm hier nicht mehr raus. Warum? Weil der Gas schon wieder das Portal kaputt gemacht hat. Oh, fuck. Ja, gleich. Machen wir das in der nächsten Folge. Was? Oder jetzt noch, die Folge geht halt übel lang dann. Ja, machen wir das in der nächsten Folge. Ja, okay. Oder wir sind fertig, wenn wir in der nächsten Folge sind. Ich mach das jetzt eben schnell, den Chunkloader. Also... Ich hab den Chunkloader dann auch fertig, wenn ich in der nächsten Folge... und komm hier hoffentlich wieder heil raus. Wenn's euch gefallen hat, dann... Lacht Daumen. Und dann tschüss. Tschüss.